Ein neuer Frühfederhalter aus meiner Werkstatt, ein neuer Fountain Pen aus meiner Werkstatt. Hier ist der Ebonito Negro aus schwarzem Hartgummi. Dieser Frühfederhalter kommt mit einer 1,1 mm breiten Kalligrafiefeder. Dieser ist mit einer 1,1 mm breiten Kalligrafie mit einer Kalligrafie Nippe. Hier sind die Kalligrafie Nippe. Hier ist die Neuesten Fountain Pen von meiner Werkstatt. Das ist der neuste Frühfederhalter aus meiner Werkstatt mit einem 950er Silber Clip aus Ebonit. Hier sehen Sie meine Desktop-Stands, die ich aus Solid Wood mache. Zum Beispiel dieses große Kogobolo hier aus Kokobolo Wood. Das ist perfekt für dieses Desktop-Pan, und hier sind einige meiner Schreibtischstände für Kugelschreiber. Bleistifte oder auch für Füllfederhalter, zum Beispiel dieser aus Kokobolo Wood, aus Kokobolo Massivholz. Der passt besonders gut für diesen Desktop-Füllfederhalter. Der hört er. Thank you. Vielen Dank.